Stell dir vor, nach dem Gottesdienst gehst du raus ins Foyer und da steht ein Fernsehteam von der ARD. Kameras aufgebaut, Scheinwerfer hergerichtet, Mikrofon, Journalist und einer kommt auf dich zu und sagt, darf ich sie was fragen? Und du stehst im Scheinwerferlicht, die Kameras sind auf dich gerichtet und sie stellen dir die Frage, sie gehen doch hier ins Gospel-Forum. Ja, kannst ja nicht lügen, ne? Ja. Und sie würden dir folgende Frage stellen, was ist Ihnen hier wirklich wert? Was ist Ihnen hier wichtig? Wofür kommen Sie ins Gospel-Forum? Was würdest du in diesem Augenblick antworten? Und ich habe mir das auch überlegt, ich habe gedacht, das könnten wir doch eigentlich jetzt machen, aber die Zeit ist so kurz. Deswegen habe ich mir schon mal die vorüberlegten Antworten von euch. Jetzt hier bin ich mal bereit, die zu präsentieren. Einer würde sagen, Jesus ist mein höchster Wert. Die anderen würden sagen, die Musik im Gospel-Forum, die ist unglaublich wertvoll. Andere würden sagen, dass ich hier Freunde treffe. Und andere würden sagen, der Cappuccino an unserer Kaffeebar ist einmalig. Und was ich auch toll finde, dass man hier nicht von Kameras belästelt wird im Normalfall. Und dass wir unter uns sein können. Und was ich auch schön finde ist, und was mir wertvoll ist, ist meine Ehefrau und mein Ehemann. Und dass meine Kinder zu mir gehören. Ein jemand anderes würde sagen, ja, für mein Leben ist das Wichtigste mein Auto. Das ich gerade neu gekauft habe. Soll ich es Ihnen kurz zeigen? Draußen auf dem Parkplatz steht es frisch gewaschen. So, wir würden tausende unterschiedlichste Antworten bekommen. Und ihr Lieben, es ist so etwas Wichtiges, dass wir uns damit beschäftigen, was ist eigentlich uns wert? Was ist uns wichtig? Was ist uns kostbar? Was hat Bedeutung in deinem und meinem Leben? Deswegen habe ich unserem Wort heute auch das Thema gegeben. Was hat wirklich Wert heute bei dir und bei mir und bei uns hier in der Kirche? Mal ganz kurz etwas Interessantes. Was verstehen wir überhaupt unter Werten? Und Wertes für uns als Kirche, ich würde sie mal so definieren. Guckt mal hier an der Wand, könnt ihr es mitlesen. Wertes sind Qualitäten und Eigenschaften, die uns als Kirche von Gott gegeben sind. Das ist also etwas nicht, was wir uns geben, sondern was Gott uns geschenkt hat. Also etwas, was kostbar ist, was bedeutend ist, was wichtig ist. Das ist ein Wert, eine Qualität, die Gott uns gegeben hat. Und auf der Grundlage dieser Werte, und jetzt kommt was ganz Wichtiges, wird das Haus von Gott aufgebaut. Es wird gebaut auf dem Fundament der Werte, die Gott uns gibt. Und etwas zweites ist ganz wichtig, unsere ganze Kultur, unsere Umgangsformen. Das, was uns als Kirche ausmacht, wie wir leben, wie wir denken, warum wir Dinge tun. Die Kultur dieses Hauses wird durch diese Werte bestimmt. Und du kannst es auch so ausdrücken, es ist wie das Fundament, auf dem dieses geistliche Haus aufgebaut ist. Und diese Werte sind für uns unverzichtbar, unverhandelbar. Und alles soll sich an ihnen ausrichten, was wir hier in diesem Haus tun. Und ich habe mal in die Bibel reingeschaut, das ist sehr, sehr interessant. Mich hat einfach mal interessiert, so ein kleiner Exkurs. Was sagt denn die Bibel, was Gott wichtig findet und was ihm wertvoll ist? Nur deswegen kurz mal einen Überblick, weil ich kann gar nicht alles erwähnen. So ein kleiner Glimps von den tausenden Dingen, von denen Gott sagt, dass sie wichtig sind. Zum Beispiel Gott zu kennen, sagt die Bibel, ist ganz, ganz was Wichtiges und Wertvolles. Ein hoher Wert. Oder einen Papa zu haben, eine Mama, vor allem einen himmlischen Vater zu haben, ist unglaublich wertvoll. Und was ganz Kostbares. Die Bibel sagt, Arbeit ist was Wichtiges. Was ganz Wertvolles. Wer nicht arbeiten will, zum Beispiel, der soll gar nicht essen, sagt Gott. Das ist ein sehr schlankmachender Job, nicht zu arbeiten, zu wollen, muss man sagen. Weisheit ist etwas ganz Kostbares. Von Gott inspiriertes Wissen, mit dem man richtig umgeht, das ist was ganz Wichtiges. Ein Freund zu haben, ist enorm wertvoll. Stimmt's? Es sind einige Nicken, wir wissen, was das bedeutet in unserem Leben. Oder Gottes Wort, Gottes heilige Worte haben zu dürfen, ist eines der kostbarsten Dinge. Das hat unglaublichen Wert bei uns. Die Bibel sagt, dass Angestellte etwas Wertvolles sind. Damals gab es ja viele Sklaven. Und selbst die Sklaven sollten mit großer Würde behandelt werden, sagt Gott, weil sie wertvoll sind. Die Bibel sagt, dass dein Leben wertvoll ist und kostbar. Du merkst immer, wie kostbar das Leben ist, wenn es von jemandem genommen wird. Wenn du einen geliebten Menschen verlierst, wenn ein kleines Baby gestorben ist, ist nicht mehr da. Dann merkst du, wie kostbar das Leben ist. Und Gott sagt, es hat einen ganz hohen Wert und Leben muss beschützt werden. Ganz kleines, großes und auch älteres Leben muss beschützt werden. Gott sagt, dass sogar das Lohnbekommen einen ganz hohen Wert hat. Am Ende der Zeit werden Menschen Arbeitgeber, ihren Arbeitnehmern zu wenig Lohn geben. Und Gott sagt, oh, 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 nicht gut, weil gerechter Lohn ist in Gottes Augen etwas ganz Wichtiges und Wertvolles. Soziale Tätigkeit, Ehe, Familie, Kinder hat in Gottes Augen einen ganz hohen Wert. Geistlicher Dienst, den du tust. Hey, unterschätze das nicht. Dein geistlicher, praktischer Dienst hat so einen hohen Wert bei Gott. Ich könnte dir seitenweise in der Bibel vorlesen, was er darüber sagt. Du bist wichtig, viel wichtiger für ihn, als du denkst. Das Gebet hat einen ganz hohen Wert und viele hunderte anderer Dinge, sagt Gott, sind wertvoll und wichtig. Und jetzt ist bei all den vielen Dingen eine große Frage aufgetaucht. Was hat für uns als Kirche, für dich und für mich als Gemeinde, Was hat Gott uns für Werte gegeben, nach denen wir leben sollen und auf denen das Fundament dieses Hauses aufgebaut ist? Und darüber möchte ich in den nächsten Minuten sprechen. Und ich glaube, während ich reden werde, wird der Heilige Geist zu jedem hier und am Livestream reden und ihm etwas geben von dem Reichtum der Werte und der Wichtigkeiten und dem, was Gott auf dem Herzen liegt, was im Himmel ausgebrütet wurde und was er für die Erde bestimmt hat, dass es für dich zur Verfügung kommt und sichtbar und erlebbar wird. Welche Werte haben uns geleitet beim Bau dieser Gemeinde? Was hat Gott uns in den letzten Jahren aufs Herz gelegt, wie wir das auch ausdrücken sollten? Das erste und der größte Wert überhaupt, gleich am Anfang, hat Gott gesagt, Alles, was hier passiert, soll in Liebe geschehen. Wir sollen Gott lieben, wir sollen unseren Nächsten lieben, wir sollen einander lieben, wir sollen sogar uns selber lieben. Du sollst dich selber lieben. Hier in diesem Haus wird jeder aufgefordert und ermutigt, sich selber lieb zu haben. Und wenn wir mitkriegen, dass jemand mit sich selber böse ist, dann intervenieren wir, bis du dich selber wieder lieb hast. Und wir wollen sogar unsere Feinde lieben. Das ist unser ganz großes Ziel, dass wir das lernen, mit dem Heiligen Geist zusammen unsere Feinde zu lieben. Das ist unser höchster Wert. Warum ist dieser Wert so wichtig? Warum ist Liebe das Allerwichtigste? Weil Gott selber sagt in 1. Korinther 13, Glaube ist wichtig, Hoffnung ist wichtig, aber das Größte von allem, das Aller, Alleroberste von allem ist die Liebe. Die Bibel sagt, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Die Bibel sagt, Paulus hatte einen Freund, ich erzähle euch das mal. Und dieser Freund hieß Titus. Und wie es so unter Freunden ist, manchmal schreibst du ihm auch einen Brief, weil damals hat das Handy noch nicht so gut funktioniert. Weil er einfach das mit der Elektronik hat damals noch nicht ganz so hingehauen. Es gab schon Handys, aber das mit dem Satelliten hat noch nicht funktioniert. Und dann hat er ihm halt einen Brief geschrieben. Und Gott sei Dank ist uns dieser Brief überliefert, bis heute. Und im ersten Kapitel dieses Briefe schreibt Paulus etwas unfassbar Wichtiges. Er sagt, das Endziel, lieber Titus, das Endziel aller Unterweisung, also von aller christlichen Lehre ist, Liebe aus reinem Herzen, ungeheuchelten Glauben und einem reinen Gewissen. Also mit anderen Worten, wo immer das Evangelium gelehrt wird, das Ziel davon ist, dass die Menschen danach mehr lieben. Dass sie in der Liebe Gottes bleiben. Dass sie sich an die Liebe von Gott klammern, sie nehmen und an andere in ihrem Umfeld weitergeben. Das ist das Ziel aller christlichen Lehre. Wow! Deswegen ist Liebe unser wichtigster Wert. Wer liebt, sagt uns der Apostel Johannes, pass mal auf, wer liebt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm drin. Und wer nicht liebt, der bleibt nicht in Verbindung mit Gott, der verliert die Verbindung mit Gott und Gott bleibt nicht in ihm drin. Oh, ihr Lieben, wo sollen wir hingehen ohne Gott? Petrus sagt, wohin sollten wir gehen? Jesus, du hast Worte des ewigen Lebens. Hey, und in dieser Zeit, die so kalt geworden ist, so lieblos in vielen Dingen, so hasserfüllt, da brauchen wir die Liebe von Gott mehr denn je. Wer es glaubt, sagt Amen. Und jetzt noch was Wichtiges. Jesus versammelte eines Tages seine Freunde und hat gesagt, jetzt sage ich euch was. Vielleicht das Allerwichtigste, was ich euch mitgeben kann. Hat was zu tun mit euren Beziehungen. Er sagt, an eurer Liebe zueinander werden alle Menschen erkennen, dass ihr meine Freunde seid. Liebe ist das Erkennungszeichen, dass du ein Mann und eine Frau von Gott bist, ein Freund von Jesus. Dass wir einander lieben. Die Leute gucken uns an und an der Liebe zueinander erkennen sie, das ist ein rechter, echter Kerle von Gott. Das ist ein Freund von Jesus. Und wenn er nicht liebt, ist er kein Freund von Jesus. Wow, sagt die Welt, nicht wer. Und Jesus sagt, die Liebe ist das Erkennungszeichen für die ganze Menschheit. Du könntest es auch so sagen, die Liebe ist das größte Evangelisationsmittel, das der Herr sich ausgedacht hat. Deswegen ist Liebe der oberste Wert für uns als Kirche. Und deswegen wollen wir, wie wir es auch oft ausdrücken, einander wertschätzen, hochachten. Jeder Mensch ist bei uns willkommen. Jeder wird hier angenommen, wie er ist, mit allen Macken, allen Fehlern, mit allen Gerüchen, mit allen, wie auch immer gearteten, charakterlichen Eigenschaften. Ob er groß ist oder klein oder dick oder dünn oder viele Haare hat oder wenige Haare hat. Egal welche Hautfarbe, kulturellen Hintergrund. Du bist geliebt, du bist willkommen hier. Und wir freuen uns, dass du da bist. Halleluja. Kommen wir zum zweiten Wert. Und ich liebe diesen Wert. Es ist eines der schönsten Dinge, die Jesus uns gebracht hat. Die Bibel sagt, Mose hat uns das Gesetz gebracht im Alten Testament, aber durch Jesus Christus ist die Gnade gekommen. Und das ist unser zweiter Wert. Wir haben gesagt, wir wollen nicht eine Gemeinde der Gesetzlichkeit sein, weil Jesus hat uns erlöst vom Fluch des alten Gesetzes. Vielleicht kann da jemand einen Kommentar sagen. Wir sind Erlös von dem Halten von Gesetzen und Geboten, um damit religiös mit unserer Leistung Gott zu beeindrucken. No, das ist alt, es ist vorbei, es ist außer Kraft gesetzt, weil etwas Besseres, ein neuer Bund gekommen ist. Und durch Jesus Christus ist die Gnade gekommen. Und was heißt Gnade? Gnade heißt, wir sind total unverdient von Gott beschenkt. Und Gnade heißt, wir stehen jetzt unter Gottes Gunst. Wer immer die Gnade, die er nicht verdient hat, von Gott für sich ergreift, steht ab diesem Augenblick unter Gottes Gunst. Und wenn Gott auf dich runterschaut, dann sieht er dich gereinigt von aller Schuld und Sünde. Er sieht dich als sein Freund, als sein Kind, als seine Jüngerin, seinen Auserwählten, seine Auserwählte. Und er hat dich lieb. Und seine Gunst, sein Wohlwollen, seine Gnade ist mit dir. Und das ist unser zweiter Wert, ihr Lieben. Gnade. Das bedeutet für uns alle, wir haben uns verabschiedet von religiösem Leistungsdenken. Wir glauben nicht daran, dass Jesus Nachfolgen eine Leistungsreligion ist. Überhaupt, wir glauben gar nicht daran, dass Jesus Nachfolgen eine Religion ist. Sondern es ist ein Lifestyle, es ist das Leben selber. Es ist eine Beziehung, keine Religion, also keine menschengemachte religiöse Leistung, indem wir Gebote und Satzungen und liturgische Abläufe halten. Sondern Jesus nachzufolgen ist eine Beziehung, die auf der Basis von Gnade, von beschenkt sein beruht. Und wisst ihr, wo sich Gnade am allermeisten zeigt? Sie zeigt sich, wenn du voll was falsch gemacht hast. Das, was es in dieser Welt kaum mehr gibt. Ja, Gnade gibt es kaum mehr in dieser Welt. Außer bei Jesus. Und wenn du richtig daneben gehauen hast und einen richtig fetten Fehler gemacht hast und du gehst zu Jesus und du sagst, Jesus, das tut mir so leid. Ich habe echt saumäßig daneben getappt. Kannst du mir noch einmal vergeben? Dann sagt Jesus, ja, wenn du deine Sünde bekennst, ich bin treu und gerecht, dass ich sie dir vergebe und reinige dich von jeder Art von Ungerechtigkeit. Das ist unser Herr. Das ist Gnade. Wir haben es total und überhaupt nicht verdient und bekommen es trotzdem, seine Gunst und seine Gnade. Ich liebe seine Gnade. Und wir wollen eine Gemeinde der Gnade sein. Wir wollen nicht unter dem Gesetz leben. Wir wollen in dem Unverdienten beschenkt sein, von Gott bleiben. Und wir wollen Vergebung, so wie wir sie bekommen haben, auch an andere weitergeben. Wir wollen eine Gemeinde der Gnade sein. Wir glauben daran, dass Menschen eine zweite und dritte Chance bekommen, auch wenn sie von Gott weggekommen sind, wenn sie in schwere, schlimme Dinge reingeraten sind. Ich sage dir das heute auch am Livestream, der du gerade zuhörst. Der Geist Gottes redet gerade zu mir. Du kannst zurückkommen. Wir sind ein Haus der Gnade. Und hier ist der Platz für dich. Und du musst gehen und kommen. Und du wirst willkommen sein. In Jesu Namen. Wer es glaubt, sagt Amen. Unser dritter großer, großer Wert ist Familie. Und ich liebe diesen Wert. Ich komme ja selber aus einer großen, großen Familie. Ich sage euch mal, was wir für eine Familie waren. Wir hatten einen Papa, eine Mama, sechs Mädels, sechs Schwestern. Und dann gab es in der Familie noch einen Bruder und einen Rauhardacker. Das war eine Familie. Und sie ist immer noch da. Mein Papa, meine Mama sind schon in der Ewigkeit. Aber mit meinen Schwestern habe ich immer noch eine ganz, ganz starke, tiefe Beziehung. Und wir haben einen Zusammenhalt, weil wir wissen, wir gehören zu einer Familie. Wir kommen von einem Papa und einer Mama im Natürlichen. Und ihr Lieben, im Geistlichen verstehen wir uns hier auch als eine geistliche Familie. Wir kommen alle von dem einen Papa im Himmel. Er hat uns sein Leben gegeben. Er hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Er hat uns neu gemacht. Er hat uns durch den Samen des Wortes Gottes, so steht es in der Bibel, gezeugt zu einem Auferstehungsleben. Wir sind jetzt Brüdern und Schwestern. Und dann gibt es in so einer Gemeinde natürlich auch Mamas und Papas, geistliche Väter und Mütter. Und es gibt Babys und es gibt Zeuglinge. Es gibt junge Männer und junge Frauen im Glauben. All davon redet die Bibel. Und sie nennen das die Familie von Gott auf der Erde. Und wir sind ein Teil der riesigen Familie von Gott hier auf der Erde. Eine lokale Familie. Das heißt, wir gehören zusammen. Wir schätzen einander. Wir lieben einander. Jeder kann dem anderen etwas Gutes weitergeben von dem, was er selber hat. Wir haben unterschiedliche Talente und Gaben und Charismen. Und die bringen wir ein und dienen dem anderen. Jeder mit dem Charisma, was Gott ihm gegeben hat. Es gibt hier in der Gemeinde wichtige Aufgaben. Und hunderte und tausende Menschen nehmen teil, dass diese Aufgaben erfüllt werden können. Sonst gäbe es diese riesige Gemeinde gar nicht. Jeder macht mit. Jeder hat eine Aufgabe. Und wenn du noch nicht dabei bist, hey, ich lade dich so ein. Ich spüre gerade. Ja, Gott ruft heute Morgen in diesem Augenblick Menschen. Komm rein und helf mit. Grempel die geistlichen Arme hoch. Bring dich vielleicht in dein Dreamteam ein. Nächsten Sonntag werden wir ganz, ganz tolle Dinge darüber hören. Bring dich ein in einer Hauskirche, in einer Kleingruppe. Bring dich ein bei den Kindern. Bring dich ein bei den jungen Menschen. Überall gibt es Möglichkeiten mitzuarbeiten. Teil der Familie zu sein. Habt ihr gewusst, dass eine Familie sowohl Rechte hat, wie auch Pflichten? Das ist wie in unserem Staat. Da gibt es Rechte, die jeder hat als Deutscher oder als Staatsbürger oder auch als Migrant. Du hast auch Rechte hier, gewisse Rechte. Aber es gibt auch Pflichten, die jeder von uns hat. Ich saß heute Morgen nicht im Auto, als du hierher gefahren bist und die Straßen frei waren. Aber unsere Pflicht wäre es eigentlich, maximal 50 zu fahren oder manchmal nur 40 oder leider auch manchmal jetzt nur noch 30 durch die Stadt. Und wenn ich bei mir manchmal auf den Tacho gucke, merke ich, das mache nicht ich, sondern das macht der Tacho und das Auto. Da kommt einfach zu viel Benzin irgendwie und ich weiß auch nicht. Dann geht es manchmal zu schnell. Aber wenn wir schon zu schnell sind, lass uns rücksichtsvoll fahren. Diskutiert nachher und in den Hauskirchen darüber, okay? Ganz tolles Thema. Gut. Also jeder hat Rechte und Pflichten. Wir teilen als Familie Freude und Leid. Es gibt schöne und auch schmerzhafte Erlebnisse. Und wir tragen einander die Lasten. Einer trage des anderen Lasten. So werdet ihr Christi Gebot erfüllen. Okay? Familie. So ein hoher Wert für uns. Wir sind füreinander da. Wir dienen einander. Wir interessieren uns füreinander. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Wir essen auch miteinander. Ihr lieben Kleingruppenleiter. So wichtig, dass wir auch regelmäßig essen in unseren Kleingruppen. Schau mal Jesus an. Wenn du das Neue Testament liest, die Evangelien, du denkst, hat Jesus eigentlich etwas anderes getan, außer zu essen? Da fällt dir ein Jahr in der Wüste, hat er gefastet. Ja, aber sonst. Er aß mit seinen Jüngern. Er aß, wo die Schwiegermutter des Petrus ihm was Tolles gebacken oder gekocht hat. Er aß mit den Pharisäern. Er aß mit den Zöllnern. Er aß bei Lazarus und bei Maria und bei Martha. Mangiare, Mangiare, Mangiare. Er aß beim Passalam. Das Passalam. Er aß, er aß und er trank. Und er lehrte sie dabei. Jesus ist ein Liebhaber von Mangiare, Mangiare, Mangiare. Und wir können von unseren italienischen Freunden richtig was lernen und von vielen anderen Kulturen. Und das ist etwas Wichtiges auch für das Reich Gottes. Und wer es glaubt, sagt Amen. Und es muss nicht immer Pizza sein, aber es darf auch. Weil es ist was Wunderbares. Ich komme zum nächsten Wert. Unser vierter Wert. Und das ist Glaube. Die Bibel sagt uns, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Hebräer 11, Vers 6. Als ich diesen Vers das erste Mal las, das ging mir durch Mark und Bein. Gott sagt, ohne Glaube, ohne tiefes Vertrauen in ihn, ist es unmöglich, ihm zu gefallen. Und ich hatte immer in meinem Herzen, ich möchte so gern Gott gefallen. Ich möchte so gern, dass Gott sich über mich freut. Dass Gott mit mir zufrieden ist. Irgendwie war das in meinem Herzen drin. Schon als kleiner Junge. Und in dem Psalm gibt es einen ganz tollen Psalm, wo es heißt, der Herr freue sich seiner Werke. Und das bete ich ganz oft auch für mich in meiner persönlichen Gebetszeit. Herr, du sollst dich freuen an unserer Church. Freuen an mir. Freuen an unserer Familie. Der Herr freue sich. Das ist eine Aufforderung an Gott. Freu dich an uns. Und wie kann sich Gott über uns freuen? Wie können wir sein Wohlgefallen erwecken in uns? Indem wir ihm vertrauen. Indem wir ihm glauben. Nicht indem wir Leistung bringen, sondern glauben an das, was er gesagt hat. Was er für uns getan hat. Wie er uns sieht. Dass er uns beschenkt hat. Und dass er uns Gnade gegeben hat. Du erweckst das Wohlgefallen Gottes durch Glaube. Und deswegen ist Glaube für uns als Kirche so etwas Wichtiges. Unser vierter Wert. Die Bibel sagt, Glaube versetzt Berge und überwindet die Schlachtreihen des Feindes. Durch Glauben haben sie ganze Heerscharen niedergerissen. Sagt uns der Hebräerbrief. Durch Glauben bekommen wir Visionen für die Zukunft. Manche denken, das Gospel von bleibt jetzt so, wie es jetzt ist. No, 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 no. Ich sehe tausende, aber tausende Menschen im Glauben. Mit göttlicher Vision. Die hier dazukommen werden. Hunderte und hunderte und hunderte noch in diesem Jahr. Die Jesus kennenlernen. Und die die Herrlichkeit Gottes erleben werden. Wunder erleben werden. Und die Kraft des Allerhöchsten erfahren werden. Wer es glaubt, sagt Amen. Im Glauben stellen wir uns auf das Wort Gottes. Auf die Verheißungen, die Gott gegeben hat und sagt, Herr, ich halte an deinem Wort fest. Du sagst, ich bin wichtig für dich. Du sagst, dass du alle Zeit an mich denkst. Du sagst, du betest für mich jeden Tag, jede Minute. Jetzt will ich mit dir zusammen leben. Komm, Ärmel hochgekrempelt. Ich will mit dir durch diesen Tag gehen. Im Glauben. Und die Werke Gottes tun, solange es Tag heißt. Denn es kommt die Nacht, wo niemand mehr wirken kann. Hilf mir, Heiliger Geist. Glaube kommt aus dem Hören der Worte Gottes. Deswegen verpassen wir keinen Gottesdienst. Deswegen sagen wir, ich muss die Predigt hören. Sie wirkt Glaube in mir. Wenn du gleich in wenigen Minuten hier rausgehst. Sagen wir mal eine Viertelstunde oder so. Wenn du hier rausgehst. Noch ein paar Minuten. Dann wird dein Glaube größer sein, als wo du reingekommen bist. Das hat dir Gott versprochen. Wenn du sein Wort hörst, im Herzen aufnimmst und glaubst, wird dieser Glaube in dir stark und fest werden. Und dich befähigen, Dinge zu tun. Berge zu versetzen. Dinge in Angriff zu nehmen. Finsternis zu verscheuchen. Im Gebet Dinge zu bewirken, die vorher in dieser Weise nicht möglich waren. Glaube beginnt ganz klein. Wir fangen immer ganz klein an. Alles hier im Gospelform hat klein angefangen. Aber der Glaube lässt uns die Dinge sehen. Der Glaube sieht, wie hier tausende, aber tausende Menschen aus Stuttgart, aus dem mittleren Neckarum zum Glauben kommen. Eine geistliche Heimat finden. In Kleingruppen integriert werden. Und die Schönheit des Himmels erleben können. Glaube macht Unmögliches möglich. Glaube ist deswegen so powerful, weil wir ihn permanent kultivieren können. Der kann permanent in dir wachsen, indem wir Gottes Wort meditieren. Indem wir darüber nachdenken, bei Tag und bei Nacht. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges, indem wir das Wort Gottes, was in unser Herz gekommen ist, proklamieren über unserem eigenen Leben. Über unsere Kirche. Über unsere Familie. Über unserem Business. Über den Kindergarten. Über der Schule, in die wir gehen. Über der Universität. Über den Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Über unsere Verwandtschaft, die noch ganz weit weg von Gott ist vielleicht. Wir proklamieren, dass Gott stärker ist. Wir proklamieren, ich aber und mein ganzes Haus sollen gerettet werden. Wer es glaubt, sagt Amen. Das ist, was wir tun. Und der Glaube wird immer stärker. Und deswegen meditieren wir. Das Wort Gottes aus dem Glaube kommt. Unser fünfter Wert ist Wachstum. Schaut, alles, was gesund ist, wächst. Wenn ein kleines Kind zur Welt kommt und es ist gesund, fängt es vom ersten Augenblick, wo es das Licht der Welt erblickt. Schon vorher im Mutterleib ist es ja auch passiert. Aber sobald man es sieht, wird etwas passieren mit diesem Kind, wenn es gesund ist. Es wird wachsen und wachsen und wachsen und wachsen. Die Zellen werden sich multiplizieren. Wir glauben an Wachstum genauso in unserer Kirche. Multiplikation unserer Kleingruppen, Multiplikation des Gebets, Multiplikation der Dienste, Multiplikation von Leitern. Wir haben so viele hunderte und aberhunderte von Leitern. Aber ihr Lieben, wir werden Tausende und Abertausende von Leitern haben hier in diesem Haus. Und wir werden sehen, was Gott überall tut. An allen Orten im mittleren Neckarraum, Baden-Württemberg, in Deutschland, wo immer Gott einen von uns hinschickt, wir werden die Herrlichkeit Gottes multipliziert sehen, wo immer wir hinkommen. Der Apostel Paulus sagt, wir gehen von Kraft zu Kraft und von Sieg zu Sieg und von Glaube zu Glaube und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Alles im Reich Gottes, was Gott segnet, wächst. Und dass so viele Menschen hier sind, ihr Lieben, das ist für mich ein Wunder immer noch. Aber es ist auch die Gnade und die Kraft der Gebete. Schau mal, du sitzt in diesem Augenblick, der du hier live im Gospel-Forum bist. Das ist in einem Gebäude, das nur möglich geworden ist durch den Glauben und die wachsenden Gebete und die wachsenden Gaben und Talente von ganz, ganz vielen Menschen. Sie haben sich eingebracht. Und es wurden immer, immer mehr. Und ihr seht, was für große Dinge möglich sind. Aber es ist nur was Kleines von dem, was Gott in der Zukunft tun wird. Was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Sagst du, aber Peter, es sind so viele Krisenzeiten gerade. Hey, gerade in Krisenzeiten, lest mal die Bibel, da ist Gott in besonderer Weise am Wirken. Gott kann doch nicht gestoppt werden durch irgendwelche Krisen oder Kriege. No, 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 no. Er sitzt auf dem Thron und regiert. Und er hat alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und was er segnet, er ist es, der das Wachstum schenkt. Er ist es, der es blühen lässt. Er ist, der sagt, ihr seid nur lange nicht am Ende. Schnall dich an. Dieses Jahr wird noch viele, viele Dinge zur Entwicklung mit sich bringen. Und unser letzter und sechster Wert, ihr Lieben, ist unser bester Freund auf der Erde. Der Heilige Geist. Der Heilige Geist, der all diese Werte erst möglich macht, dass wir sie umsetzen können. Er bringt das Übernatürliche von Gott in dein und mein Natürliches hinein. Der Heilige Geist bringt den Himmel auf die Erde. Der Heilige Geist bringt das, was Gott, der Vater, im Thronraum des Universums bereitet hat, in unsere einfache, kleine Welt hinein. Und das kann er tun, weil er nimmt Wohnung in uns. Wir wurden zu einem Tempel des Heiligen Geistes als Individuen und wir wurden zu einem Tempel des Geistes als ganze Gemeinde. Dies ist ein Haus des Heiligen Geistes. Hier ist der Heilige Geist der Hauptpastor. Er hat das Sagen. Von Anfang an haben wir gesagt, das, was du uns sagst, vom Vater im Himmel und von Jesus, das soll hier auf der Erde geschehen. Ich spüre so eine Gegenwart, das hier so mächtig und so powerful, weil ich glaube, er wird dich gleich berühren mit seiner Kraft. Der Heilige Geist ist unser Ratgeber, unser Helfer, unser Inspirator, unser Motivator, unser Liebesbefähiger, unser Lehrer, der uns Kraft gibt, unser Weisheitsbringer, unser Korrektor, unser Ermutiger, der uns befähigt zum Zeugendienst, unser Tröster, der ganz barmherzig, die Barmherzigkeit des Vaters zu uns bringt und viele, viele tausende Dinge mehr. Der Heilige Geist erklärt uns das Erlösungswerk von Jesus. Er erinnert uns an all die wichtigen Dinge, die wir wissen müssen im Alltag. Er erinnert uns, dass Jesus immer mit uns ist, dass du niemals alleine durchs Leben gehst. You will never walk alone. Das ist ein Wort für jemanden hier. Du wirst nie alleine gehen. Der Heilige Geist bringt dir Jesus und die Herrschaft des Himmels in dein Herz. Er schenkt herrliche Charismen und Gaben und Talente, übernatürliche Wirksamkeiten, Wunder und Zeichen. Und vor allem, der Heilige Geist ist jetzt hier. Er ist mit dir, er ist mit mir, er ist hier in diesem Raum und er möchte dich berühren und er möchte seine Herrlichkeit ganz neu ausgissen in dein Herz. Die Bibel sagt, wir sollen jeden Tag neu, immer wieder neu voll werden mit Heiligen Geist, damit die Werte, die wir haben, auch wirklich in die Umsetzung kommen. Wir sollen nochitiere